Sankt Neuenkamp, Landhof Nummer drei, Sommerwein. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Tuferkesse sind so ehrlich anzuschauen. Doch noch wird besser, schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Die Unvergessen sind so herrlich anzuschauen. Doch noch wird besser, schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Kurze Frage und dann schlägt mein Nachnamen, wir dachten. Was ist die beste Adresse, die hat uns zu liebten. Das Knutscht am Morgen, ich hab Nummer 30, bitte. Das ist die Endschosssee, aber unter Tod. Die richtige Antwort, wo es klauten, aber so weit weg. Sankt Neuenkamp, Landhof Nummer drei, Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Tuferkesse sind so herrlich anzuschauen. Doch noch wird besser, schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Die Tuferkesse sind so herrlich anzuschauen. Die Tuferkesse sind so herrlich anzuschauen. Doch noch wird besser, schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Die Tuferkesse sind so herrlich anzuschauen. Seien auch ein bisschen wendet, kein pipe. In unser Griese Jahr herrscht der leistige Zeit. Die Tuferkesse sind so herrlich anbelangt. Den Tuferkenn, dass der Sesumير das Bad letzter鼠, die zum Ausdruck theatễyn. Nummer drei, das ist die Ratnisse von Herrn, wo ich's schönste Frau erweint. Die Kumpferkessel sind so herrlich abzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Die Kumpferkessel sind so herrlich abzuschauen, doch noch viel besser schmeckt das Bier, das Bierbrauen. Vielen Dank.